Nein, das ist halt einfach Realitätsverleumdung, weißt du? Das sind halt diese Leute, die halt anstatt dieses Problem anzugehen, halt lieber das Problem halt einen Teil von sich machen. Das ist halt wie psychisch kranke Menschen, die halt sagen, ja, ich hab halt diese Krankheit, das ist so meine Personality, so. Ich sehe es halt so, es ist scheißegal, wenn du die Gedanken hast, du sollst sie bloß nicht ausleben. Ich stelle mir sehr oft vor im Straßenverkehr, dass Leute doch jetzt bitte gegen den nächsten Baum fahren. Ganz genau. Ja, also wenn ich die Visage von Gauland sehe, dann... Das ist unterschied zwischen pädophil und pädosexuell. Ja. Prof, wenn ich die Visage von Gauland sehe, Best of Bundestag, da hab ich auch Bock, da hab ich mir sonst was für Gewaltfantasien, aber ich würde doch nie auf die Idee kommen, wenn ich Gauland in echt... Nee, oh Gott. Ich würde ihm noch nie geschlagen, das ist das... Im Endeffekt ein intrusiver Gedanke dann, wie andere auch, bloß halt in eine sehr beschissene Richtung. Ja. Aber man muss sich halt einfach unter Kontrolle halten, wie man es mit sämtlichen anderen intrusiven Gedanken halt auch macht. Ja, und wenn eine Person was verbockt, dann muss diese Person auch dafür... Am ganz im Ernst, dass... Also bei... Ich hab's da mal bei Follow Me Reports, hatte ich glaube ich mal eine Doku dazu gesehen gehabt. Äh, da war es dann auch im Endeffekt, das ist auch das, was sie dir in diesen Therapien beibringen. Dass du im Endeffekt lernst, wie du dich selbst besser unter Kontrolle hast. Ja. Ja. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Nein. Und es ist ja auch wie bei jeder Krankheit, es ist ja, zum Beispiel Depressionen ist ja auch eine psychische Krankheit, die wirst du auch nie wieder los. Das sage ich auch immer wieder allen, mit denen ich darüber rede, die ich dann ja fragen, wann hört es dann bitte wieder, wann hört es dann wieder auf. Ich sage, nein, wird nie. Du hast zwar immer die Chance, dass du keinen Anfall mehr bekommst, aber die Chance besteht immer... Du kannst zwar Glück haben, dass es nicht nochmal wiederkommt, aber die Statistik spricht nicht dafür. Also ich kann, ich kann... Vor allem so ein Leistungsstart. Wenn du halt die ganze Zeit leisten musst und das stetig das Gefühl vermittelt bekommst, nichts wert sein, wenn du nicht leistest, dann... Jetzt schau dir, aber wir haben die ganze Zeit wieder wieder. Oh, die Mücken hier sind echt akkassiert, alle. Hat zwar mittlerweile ein Fliegendgitter vom Fenster, aber manchmal verirren sie sich da doch rein. Das war jetzt ein bisschen sexistisch. Nö. Also das war ja halt einfach auf mein Girlfriend bezogen. Ja. Das war jetzt ein bisschen sexistisch. Nö. Bisschen. Äh, ich beziehe es ja hier auf eine Person und nicht auf eine Person, Opa. Hm. Vielleicht hast du auch mehrere. Okay, ja, stimmt, wenn ich mehrere Girlfriends hatte, dann wäre es sexistisch, ja. Du bist in einer Beziehung mit sämtlichen Frauen dieses Planeten. Ja, also somit. Bist du nicht, wie hieß der, wie ich da... Alle, warte, wir sind jetzt bei 7,6 Milliarden. Du bist ja nicht Jingles Kahn. Kann ich auch hören, dass der die... Über das entgegen der 200. Person lässt sich die Erbreite zurückführen auf Jingles Kahn. Ja, weil der so viele Frauen vergewaltigt hat, dass da... Oh, bitte bedroppt dieses Wort nicht. Oh, das ist jetzt ein Trigger. Ah, sorry. Wusste ich. Ah, gut. Mein Fehler. Ähm, ja, der hat so viele Frauen halt... Die Grape Juice, ich nenne das Wort Grape Juice, weil... Äh, wenn man das Gehweck nimmt, dann... Naja. So, ich wusste, ich wusste von deinem Trigger. Ich habe das gar nicht dran gedacht. Ja, alles in Ordnung, alles in Ordnung. Äh... Geh mir ein bisschen besser damit. Ist jetzt, ist jetzt auch ein Jahr schon her, ey. Und zwar... Ja, ich stelle mir auch vor, äh... Du hast einfach so eine riesige Alabama-Familie, weil... Ich war einfach dann, okay, irgendwie... Jede... Jede Frau im Dorf hatte oder so. Das ist dann Inzest, das ist so ein... Ja, aber... Bei manch bei den Leuten... Da haben wir uns dicke Familienverbindungen bei mir in der Familie, aber keiner davon, hat was mit Inzest zu tun. Wenn deine... Wir haben das Konzept Doppelcousins und Doppelcousinen bei uns in der Familie. Wenn dein Stammbaum im Kreis ist. Oh, mein Gott, oh. Auf der Hochzeit meiner Urgroßeltern haben sich die jeweils die Geschwister der beiden kennengelernt und Jahr später auch geheiratet. Dadurch gibt's ne doppelte Verbindung zwischen meinen Familien. Nicht gut. Oh, gosh. Ist so nicht gut. Ist es keinerlei Inzest? Also, ich hatte... Trotzdem nicht gut. Ja, also... Was ist daran nicht gut? Das ist... Das ist... Das ist... Im Endeff... Das ist ne Verbindung von zwei komplett getrennten Familien, bloß, dass sie statt an einer Stelle an zwei Stellen verbunden sind. Ja. Ist trotzdem keinerlei... Keinerlei Inzest oder sonstiges. Also, was ist daran nicht gut? So, Seng und Cousine haben immer noch 25% Erb an zwei von... Sind nicht... Nicht verwandt. Keiner von denen ist verwandt. Achso, okay. Das ist was anderes. Ähm... Das sind zwei komplett getrennte Familien. Ja, also, ich hab... Und auf der Hauptzeit vom Urgroßvater haben sich jeweils die Geschwister der beiden jeweils, äh, äh, getroffen, verliebt und ein Jahr später auch geheiratet. Okay, das... Okay, das ist was anderes. Ähm, das hatte ich gar nicht verschwunden. Aber ich hab, äh, eine Person, die hat nen Crush auf mich. Ähm, die ist mir so schon unsympathig. Und was irgendwie für mich halt noch mal weirder ist, dass, äh, ihre... Der oder die Arme. Dass ihre Eltern halt... Dass ihre Eltern halt für Seng und Cousine sind. Äh. Es ist so... Neee. Lieber nicht. Ja, das ist so... Hä? Ja, nee. So. Ich... Wenn ich halt irgendwo, äh... Ach so, scheiße. Ich warte ja. Wenn ich irgendwo mal, mal Kinamen sollte, dann sollten die halt schon... Ja. Nicht so oft... Oh, dass deutsches arisches Genmaterial haben. Also das hab ich so gesehen. Ich hätte mal... Ich hatte mal... Ich hatte mal... Ich hatte mal Meerschweinchen, das ist... Ich hatte auch schlank wie Goebbels und groß gewachsen wie Göring. Naja... Das ist gut. Also... Also ich hatte... Ich hatte... Ich hatte mal mehr... Ich hatte mal mehr Schweinchen als Haustier. Da musst du ja bei denen aufpassen. Die sind ja... Die sind ja auch... Das ist ja... Wenn du die... Wenn du die lässt, wenn du die nicht aufpasst auf die... Dann... 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 Dann macht ihr auch die... Die Mutter mal mit dem Kind oder so. Das ist... Das ist... Bei denen... Wir hatten... Ich hatte auch Meerschweinchen und das waren immer halt alles nur Männchen. Na, haben sie... Da fickt der eine mit dem anderen. Das ist einfach das... Das ist das... Alter und... Verwandtschaft völlig egal. Wenn Meerschweinchen... Mit quer durch Spät gefixt. Ja, das haben da kein großes Konzept für. Das ist denen völlig egal. Ja, die... Die sind halt auf eine Sache hinaus. Das ist ein Loch. Das ist ein Loch. Da muss man... Wobei bei vielen Spezies ist es halt auch nicht so... Schlimm wie bei Menschen. Ja. Bei uns Menschen ist es ja auch im Endeffekt. Zwei... Zwei bis drei Generationen wären in der Theorie noch möglich ohne großartige Probleme. Ist doch halt trotzdem scheiße. Aber ohne große Probleme ist es trotzdem möglich. Bei allen... Weniger komplexen Tieren. Da könnte es halt auch mal 10 bis 15 Generationen sein, ohne dass du irgendein Problem hast. Ja, aber ne. Du musst dich grad mal ein Zombie kennen. Ist nicht etwas, womit ich mich anfreunden kann. Ja. Du sollst doch nicht. Du sollst das wirklich nicht, ja? Was? Ich dachte wir... Wir versuchen das Konzept hier grad ein bisschen schmackhaft zu machen. Und lass uns grad gegenseitig weiter. Ja genau. So sieht's aus. So. Und wie sieht's aus? So wie sieht's aus? So wie sieht's aus? Und kaputt und habe immer noch Kopfschmerzen dafür, dass ich mich von am Schrank gestoßen habe. Und wie ist es so selbstständig zu sein? Mal gut, mal schlecht. Wenn man keine regelmäßige... Wenn man nicht immer gleiches Einkommen hat, dann ist es halt so... Naja, manchmal bangt man dann sehr um seine Existenz. Wie aktuell. Obwohl nicht... Aktuell jetzt nicht mehr, aber jetzt im Monat, im August. Sagen wir's mal so aktuell wärst du lieber in einem... einem Angestelltenverhältnis. Also manchmal ja, das Problem ist, ich tue mich sehr schwer mit Teamarbeit. Momentan wenn du... Momentan wenn du Geldsorg... Gerade wo du diese Geldsorgung hast, wärst du gerne... Hättest du gerne ein gesichertes Einkommen. Ja. Also ich hätte gerne einen gewissen Betrag halt monatlich sicher. Wo ich weiß, okay, diesen Betrag bekomme ich definitiv. Was hältst du denn von bedingungslosen Grundeinkommen? Ach, wollte ich grad auch sagen. Ist nicht super. Das würde doch diese Probleme auch mal wieder lösen. Das ist... Ja, mit BGE würde ich halt noch viel mehr arbeiten. Das ist... Ich sag's halt immer wieder, das bedingungslose Grundeinkommen würde... Das würde so viele Probleme lösen. Das ist halt einfach... Ja, zumal es auch so viel an Organisationen einfach wegfallen würde. Das ist halt einfach die Lösung... Du hast die Hälfte der Sozialgesetzbücher. Kannst du einfach streichen und durchs... Äh... Die ganzen schwachsinnigen Berechnungen für Hartz IV, für die du tausende anderen Leuten brauchst. Alle raus. Es ist halt auch die Lösung für... Und dann hast du auch die Einwohnerliste. Und... Und die Rente. Und das Geld. Und dann schickst du an jeden 1000 Euro im Monat. Und... Und Rente. Und Rente kannst du auch knicken. Das brauchst du ja dann auch nicht mehr. Rente ist raus. Äh... Hartz IV ist raus. Arbeitslosengeld I ist raus. Kindergeld. Kindergeld ist raus. Und Leute, die nicht auch stoppen müssen, würden halt dann halt... Weil sie eine Beschäftigung brauchen. Arbeiten. Nicht weil... Oh nein. Das hab ich so... Oh nein. Ich... Ich werde gleich verrecken. Aber ja. Existenzangst... Ähm... Existenzangst hat sehr... Leute würden halt... Gegenweise arbeiten wollen. Und nicht weil es arbeiten müssen. Ja, wenn ich... Ich finde es immer noch so schön mit der Studie, die sie in Schweden gemacht haben, wo sie die Arbeitszeit einfach reduziert haben um zwei Stunden. Lass uns mal... Und dadurch mehr Produktivität erreicht haben. Wollen wir mal einfach... Ich... Ich würde mal einfach mal fest... Äh... Feststellen, dass das einzige... Der einzige Grund, warum es noch kein bedingungsloses Grundeinkommen die CDU ist. Ja. Das sind halt reiche Säcke, die sich das Geld... Ähm... Und die FDP und die AfD... Also rechts... So. Rechts ist dran schuld. FD... 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 Und... Und... AfD machen zusammen, dann sind sie auch da... AfD sowieso. Ich weiß, dass ich halt bei der Arbeit sehr oft immer einklicke, weil ich dann so weiß, okay, wenn ich das jetzt schaffe, dann habe ich echt ein Problem. Und... Wenn ich halt... Und mir da auch keine Gedanken machen müsste, so... Und dann wäre ich aber... Okay, gut. Ich will halt etwas erreichen. Und dann brauche ich halt mehr Geld. Also ich würde... Also ich würde... Also wenn es... Wenn es ein bedingungsloses Grundeinkommen gäbe, würde ich sofort auf... Würde ich halbtags arbeiten. Und den halben Tag... Und den halben Tag... Da würde ich noch ein bisschen was dazu verdienen. Also durch den halben Tags-Job... Und wird halt Hauptberufe... Dann wird halt in einem anderen halben Tag... In einem anderen halben Tags-Job... Mein YouTube-Scheiß eigentlich mal richtig machen. Also mit BGE würde ich Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag... Einfach zehn Klanten am Tag arbeiten. Ich würde bis erst so trotzdem weiter bei Montag bis Freitag bleiben. Acht bis zwölf 15. Also... Es ist halt einfach geil für die Produktiv, wenn du halt... Ja, dann bist du... In der Woche halt auch noch einen Freitag hast. Ja gut, das ist so... Das ist halt... Ich arbeite in einem Betrieb, der halt... Sechs Tage Woche hat im Endeffekt. Ich könnte mich halt endlich mal auf mein... 24 Stunden lang ist die Firma währenddessen offen. Das ist... Mit kürzeren Schichten bräuchtest du mehr Mitarbeiter... Und die haben wir aktuell überhaupt nicht. Hm. Äh... Wir sind momentan sechs Techniker in einem... in einem dreißig Betrieb. Krass. Krass. Also das ist eine Diskussion bis nächste Mal. Aber ich wollte... hab schon gerade gesagt, ich wollte jetzt aufgehen. Oh, du wirst schon abhauen. Oh, okay. Das ist heute sehr, sehr hapernd gelaufen. Und weil Sergei unbedingt wollte, bin ich auf jeden Fall dazugekommen, weil ich wollte dich sitzen lassen. Ich bedanke mich dafür. Oh. Na. Wann hält sich mit dir zu unterhalten? Ja. Mein Hotel ist definitiv die Woche öfter. Oder ihr... Ich halte mich einfach mal an, dann komm ich auch so in den Tisch raus. Vielleicht schaffst du das nächste Mal wieder. Das ist beim... Ja. Das wird jetzt wahrscheinlich... Ähm... Ich geh mal davon aus. Nächste Woche ist dann Podcast. Das ist nächste Woche Samstag ist Podcast. Also... Dann die Woche drauf. Wie sitzt denn bei dir auch was dann? Dann... Das ist welches... Welcher Woche? Tag. Ich hoffe, es ist ein... Nächste Woche Samstag ist... Oh, ne. Da kann ich nicht, weil da kommen die Seckelbox zu mir nach Berlin. Ansonsten dann wahrscheinlich dann wieder... Also immer in zwei Wochen Abstand, das ist immer... Weil dazwischen ist aber... Ja. Samstag ist halt immer... Also alle zwei Wochen Samstag das Podcast. Und an den Samstagen darauf, dann können wir dann Minecraft machen. Ja. Kannst ja mal gucken, wann du dann... Ja. Also nächste Woche nicht, immer nächste Woche wieder. Verstehst du? Ja. Ich freue mich dann auch diesbezüglich. Ich wünsche euch jetzt noch... Ich wünsche euch noch ein weiteres Stream und eine gute Unterhaltung. Ah jo. Und danke. Und hast... Haus hast jetzt hier denn dir keinen gebaut? Keines gebaut oder irgendwo? Ich hab mir doch schon ein bisschen was gebaut, aber ich war... war noch im Plan, was ich so mache. Aber nicht... Zeit für Kirche Nummer 2! Auf geht! Kirche Nummer 2! Nein, ich kann den... nicht noch mal einen alten. Dann müssen wir gucken, dass dann... dass da... das war dann nicht mehr was drüber bauen. Na dann. Diesmal sind wir bei Futurama. Wir haben einfach oben drauf gebaut. Ja. Dann werden wir sehen. Auf dem Ruin... des alten New York steht dann das neue New York. Irgendwas kriegen wir hin. Irgendwas bauen wir bei Seppi drüber. Na dann. Ich brauche mich ja nie zu bauen, wenn ich jedes Mal neu anfangen muss. Tja. Na dann. Okay. Viel Spaß. Na dann. Tschirio. Tschau. Oh, geht auch hin. Da geht da, der Peter. So, was würde ich denn jetzt hier noch... Ich glaube Treppen waren es, die ich noch brauche. Oh, geht auch hin. Gucken wir mal drauf. Dann habe ich ja noch hier ein Zapp. Das sieht mir jetzt relativ fertig aus. Hopps, 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 hopps. Das Außengerüst. Die Außenmauer in der Türche stehen. Im Turm kommt der Kirchenschiff. Ein Turm kommt noch oben drauf, aber ja, das ist... Da ist noch viel zu tun. Ich weiß nicht, ob es da ein Schiff gibt, bei dieser Kirche. Sieht momentan nicht danach aus. Wenn nicht, muss noch selbst alles dran bauen. Wenn das die ganze Kirche ist, ist auch gut. Ja, normalerweise müsste da jetzt... Normalerweise sind die Kirchen so gebaut, dass hier noch... Hoff, komm mal her. Da drüben bist du. Normalerweise sind die in Kreuzformen halt aufgebaut. Dass halt hier noch so ein Seiten-Ding ins kommt. Dass hier noch so ein Raum kommt. Dass halt das Seitenschiff links und rechts noch reinkommt. Und dann kommt hier der Altar hin. Eigentlich kommt das hier das Ding. Und da drüben der Eingang. Aber ich weiß nicht, ob da jetzt noch was kommt. Aber ich weiß nicht, ob da jetzt noch was kommt. Die heilige Vorhaut Jesu. Die kommt... Ah, die Katakomben können wir auch noch bauen. Das wird auch noch... Da werde ich auch noch irgendwas bauen. Die heilige Vorhaut Jesu muss da unbedingt dorthin. Ja, mal schauen. Hast du die Säulen der Erde? Das ist immer noch mein absolutes Lieblings-Artefakt. Die Säulen der Erde. Da gibt's... Da wird das doch hier... Wird das thematisiert. Ich hab's weder gelesen noch gespielt. Da gibt's die weinende Maria. Die an der letzten... Denn der große... Nur durch eine chemische Reaktion... Fängt dann an zu weinen und alle Dumms, alle zu Wunder. Das ist... Das gibt's ja wirklich... Gibt's ja wirklich ein paar Sachen in der katholischen Kirche, die halt... Ja... Einfach auf die Leichtsinnigkeit der Menschen, ne? Einfach da drauf... Sagt dir das... Sagt dir das... Das Blutwunder von... Ich weiß nicht wo... Was? Mal googeln das Blutwunder. Da gibt's... Da gibt's so ein angebliches Wunder. Wo halt in irgendeiner Stadt... Ich glaub in Spanien war das irgendwo... Wo es dann verkrustetes Blut gibt irgendwie... Also angeblich Blut. Ist es angeblich Blut. Ähm... Wo es so ein verkrustetes Blut gibt. Was... Was dann... So ein Gefäß ist. Und... Das soll wohl von dem Heiligen sein. Und... Das wird dann immer... Durch... Während der Prozession... Während der Prozession... Durch das Dorf... Durch die Stadt getragen. Und... Und... Und wenn... Und wenn der Heilige... Es mit der Stadt gut meint... Wenn das Jahr ein gutes wird... Dann... Dann verflüssigt sich das Blut. Wenn's... Wenn's ein schlechtes Jahr wird... Dann verflüssigt sich das Blut nicht. Dann bleibt's fest. Das Geheimnis... Das Geheimnis... Das Geheimnis... Das Geheimnis ist halt... Aber mit einer Statue von Maria... Wo dann plötzlich irgendwie... Wasser bei den Füßen auftauchte... Und da waren ganz viele... Die das als Wunder gesehen haben... Und das Wasser dann auch gedrucken haben... Und so... Und am Ende steckt... Stellte sich einfach nur raus... Dass die Toilette um die Ecke komplett undicht macht... Oh shit... Und das Abwasser unter der Statue rausgesummt ist... Ja... Gut... Davon hab ich nix gehört... Aber... Dieses Blutwunder... Das ist halt einfach... Das ist halt... Das hat halt wahrscheinlich so... Ich hab mal ein Video vom... Der Marc Benicke... Der war... Der hat da mal ein Video drüber gemacht... Der Forensiker Marc Benicke... Und... Der Vorsitzende der Partei... Der hat da mal ein Video drüber gemacht... Dass das dann... Also das... Das wird vermutet... Dass da die... Dass das damals... Zeit mit Schütteln zu tun hat... Dass da hätten... Wenn ich das Video schicke... Dann schicke... Finde... Dann schicke ich's dir mal... Von Marc Benicke... Geht's halt darum... Dass halt das in einem... Bestimmten Tempo schüttelst... Und da halt eine Flüssigkeit drunter ist... Und die sich halt dann... Wenn du darauf richtig einwirkst... Dann verflüssigt... So einfach ist es... Ja... Die Kirche und ihre Wunder... Ja... Da wundert's einen schon... Da gab's ja auch Sachen... Bei der Hexenverbrennung... Und so... Dass man halt da... Dass man halt einfach Wasser dort... Dort mit drauf getan hat... Was halt nicht zu sehen war... Aus einem... Nur aus einem bestimmten Winkel zu sehen war... Und dann hat man halt... Mein Favorit ist immer noch mit... Äh... Du musst grad wieder an die Ritte der Kokosnuss denken... Den hab ich nie gesehen... Mit der Ente... Habe ich tatsächlich nie gesehen... Ist so ein wunderbar... Hirnverbrannter Film... Warte mal... Äh... Ja... Äh... Da waren so wunderschön viele dumme Zitate... Und daher wissen wir... Mein Lehnsherr... Dass die Erde... Bananenförmig ist... Oh... Ihr müsst viele Kreuzworträtsel gelöst haben... Hm... Ja... Es gab halt auch einige gute Filme... In der... Den Tischweiger... Mitgespielt hat... Zum Beispiel hier... Der Traumschiff Surprised... Hat er ja auch mitgespielt... Ja... Von Buddy Herbing... Der Traumschiff Surprised... Hat aber auch immer noch Stil... Ja... Space Taxi... To the Sky... Das ist sehr schön... So... Sekundig muss man kurz... Bin gleich wieder da... Da geht... Spacetaxi, to the sky, Feuer seiner Mandeln, macht Beine aus, macht Beine. Das meine ich vorhin mit Witze machen, das ist Humor, der sich offensichtlich und auch ganz ehrlich über Homosexualität lustig macht und auch manchmal böse, aber es ist halt guter Humor, man merkt halt, dass Humor ist und es ist halt nicht daneben, es überschreitet keine Grenze. Vielleicht schon, aber dann, ich weiß es nicht, man merkt halt, dass es, was hier, diese gesamte Diskussion, es gibt Methoden festzustellen, ob sie eine Hexe ist, also was aus einer Hexe kann denn noch brennen? Noch mehr Hexen! Achso, den Baum stammt von denen. Alter, warum denkt ihr, dass Hexen brennen? Äh, was sind... Nun denkt mal drüber nach, was? Kein Holz. Warte, ach nee, ich geh nochmal kurz, geil, dann ob du reich. Boah, zum Fick ist der Text hier richtig. Ah! Das ist die Transkriptfunktion von YouTube nur so schlecht. So, wo kommt jetzt das Portal rein? Oh, ne, wo ist das Portal? Okay, hast du mitbekommen, dass jetzt gerade scheinbar die Musikbots für Discord anfangen zu sterben? Oh nein, hab ich nichts mitbekommen. Roomy wurde vor kurzem endgültig abgeschaltet. Nie wirklich benutzt, aber... Also kann man davon ausgehen, dass alle, im Endeffekt alle Folgen werden, alle größeren Musikbots. Wegen Artikel 13 oder was? Nö. Äh, wegen Copyright-Verletzung und Richtlinienverletzung von YouTube. Na toll. Weil man die Tonspur nicht unabhängig vom Bild zeigen darf. Na, schöne Scheiße. Ja, ist ziemlich der Bullshit. Modi? Äh, Prof, sag mir, sag mir mal gerade, wo auf dieser Map ist Norden, äh, wo ist der Osten eigentlich? Ähm, Osten ist, warte mal, komm, auf das Tool. Das ist Osten, da wo der Eingang von deiner Kirche ist. Und wo ist der Osten? Da, wo ich gerade laufe. Da ist Osten. Da, wo ich stehe, da ist Osten. Okay, dann baue ich den Eingang hier hin. Dann muss der Eingang hier hin. Weil der Altar muss nach Osten ausgerichtet werden. Alterige. Da kommt jeder Eingang hin. Und der Altar kommt in den Osten. Haben wir schon mal drüber geredet. Ich glaube, du warst nicht dabei. Kann sein. Am letzten Stream. Du wolltest die, äh, den Film zitieren, rezitieren. Ey, ich suche gerade noch ein vernünftiges Skript, weil YouTube Transkript nun mal nicht allzu viel taugt. Definitiv nicht. So, machen wir das hier erstmal zu. Und dann machen wir es wieder auf. Steinen, 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 steinen. Das Lama guckt mal in den Zoom. Prof, guck mal. Das Lama. Guck mal, wie das Lama, das Lama guckt runter, guckt hoch, guckt runter. Das Lama ist interessiert. Tja, das ist sehr kirchlich. Warte mal. Das protestiert. Das protestiert Lama. Lama. Das Lama ist interessiert. Das Lama ist religiös, das will beitreten, will der Kirche beitreten. Das Lama wird geschlachtet und als Reliquie benutzt. Stück Lama-Fleisch. Trocken die eigentlich Fleisch? Schein ist so, ich liebe die Sitzung. Tathalt, wir haben eine Hexe gefunden, dürfen sie ein bisschen anzünden. Das ist so ein Klassiker. Den Holzschatz, den sie dann krölen, oder was? War das nicht ein Holzschatz, den sie dann... Was meint, was meint ihr, warum brennt eine Hexe so gut? Da kommt es darauf, dass die Hexe aus Holz ist, und Holz schwimmt, ja, und was schwimmt außerdem? Weil Holz brennt, ist doch logisch, denk doch mal mit. Weil Holz brennt, muss die Hexe aus Holz sein, weil sie auch brennt. Warum sollte eine Hexe aus Holz sein? Weil sie brennt, weil sie brennt, und Holz brennt auch, also muss sie aus Holz sein. Weil sie dann fern. Wie heißt das? Untertitelung des ZDF, 2020